Jetzt kommt es wieder ganz dicke. Erst im Mai diesen Jahres das ganze Durcheinander mit der DSGVO, der Datenschutz-Grundverordnung der EU und nun das. Die EU plant nun in einer neuen Gesetzgebung zum Urheberrecht, genauer gesagt im Artikel 13, dass Portale dafür verantwortlich gemacht werden sollen, was dort alles hochgeladen wird. Sprich, bei YouTube wäre YouTube verantwortlich für jeden Inhalt, der hochgeladen wird. Müsste also überprüfen, ist ein Urheberrecht oder dergleichen verletzt worden. Wenn dies so ist, müsste das Video direkt entfernt werden. YouTube hat hier schon zahlreiche automatisierte Filter laufen, sodass viele dieser Urheberrechtsverstöße direkt verhindert werden können. Artikel 13 hätte unter Umständen für uns alle weitreichende Folgen. So würde sich YouTube unter Umständen überlegen, nur noch ganz große Kanäle zuzulassen, beispielsweise Fernsehkanäle etc., um dort auf Nummer sicher zu gehen, dass hier keine Urheberrechtsverstöße vorliegen und nicht wie momentan, ich glaube es sind pro Minute, allein 4000 Stunden Videomaterial, die hochgeladen werden, dies alles kontrollieren zu müssen. Aber wie sieht es heute aus? So sieht YouTube heute aus. Eine unglaubliche Vielfalt. Wir erhalten Werbung, beziehungsweise sehen Werbung, die uns meistens auch interessiert. Nette, interessante, neue Filme oder irgendwelche Neuigkeiten. Wir sehen alle Trends, die wir selber mitbestimmen, viele diverse Kategorien, die uns interessieren und sobald du eingeloggt bist, die Kanäle und Vielfalt im Abo, die dich wirklich interessieren. Sobald du eingeloggt bist, erhältst du auch Empfehlungen, die dich richtig interessieren und das aus der gesamten Vielfalt von YouTube. Was könnte denn nun passieren, je nach Auslegung von Artikel 13? Tja, ein großer Kanal oben, Werbung und dann vielleicht mehrere vorgeschlagene Videos im Trend, die alle langweilig vielleicht sind und auch natürlich kaum Aufrufe bekommen. Wofür soll man sich denn dann noch anmelden? Und das Beste? Naja, aus welcher Auswahl? Schrecklich! Das wäre ja dann vielleicht sogar eine Auswahl wie im deutschen Fernsehen Anfang der 80er Jahre. Das kann nun wirklich keiner wollen. YouTube informiert auf einer eigenen Internetseite hierzu und hat mit dem Hashtag SaveYourInternet eine Bewegung ins Leben gerufen bzw. unterstützt diese Bewegung. Lasst uns alle diese Bewegung mit unterstützen für ein freies YouTube, damit es alles so bleibt, wie es ist und sich positiv weiterentwickeln kann. Unter diesem Video hier, also in der Beschreibung, habe ich die Informationsseite von YouTube verlinkt. Klickt euch einfach mal durch und informiert euch. Vielen Dank, dass ihr alle mitmacht. ut. Vielen Dank.